Ich hoffe, ihr seid alle damit zufrieden. Die Tränke sind alle auf mich heute. Hey, ich bin im Puff. Ich bin jetzt gerade echt im Puff. Ich gestehe, ich bin das erste Mal in meinem Leben im Puff. Aber es ist ein Los Blazes. Also, Mädels, nicht gleich die Panik verlieren. Oh, das ist ja edel. So, soll ich hier mal bitte alles aufleuchten? Dann kann ich ein normales Bild machen. Darf ich mal aufs Bett, bitte? Mach ich auch mal mal. Das ist von einem Plastok. Nein, hier an der Seite. Nein, das will ich mal. Dann müssen wir ein Nagel machen. Mal kurz hier was. Macht das nackig oder angezogen? Gib mir eine Nütte. Gib mir die schwärzesten Nütte, die du hier im Laden hast. Okay. Die muss pottschwar sein, die muss schwarz sein wie die Nacht. Ja, da hab ich zwei, drei Stück da. Dick, dünn, mittel, mach. Alles, was du brauchst. Ist mir scheißegal. Ja? Ich brauch die schwärzesten Nütte mit dem rotesten Strich, den sie hat, damit ich wissen kann, wie schwarzer fliegend so roten Fugen aussehen. Christa, die Tränke auf mich heute und die Nütte auf mich. Genau so. Hier. Ist nackig? Nein, ich brauch hier kein Licht von heute. Wir wollten nur bloß wissen, ob es nackig ist. Geh mal hoch oder was, Axel? Nehmen wir mal so. Noch. Wir gehen mal hoch. Ja, muss ich toll sehen, wenn ich dich benutze. Na gut. Das ist für die billigen Nütten hier. Ja. Das ist für die billigen Nütten hier. Ja, hier ist doch. Hier war es mit lange drin. Casino Royale. So kommen wir mit Marmel auf die Tiefelung. Das war hier bestimmt die Notte, die er am meisten eingebracht hat. Das war die Mutti. Die Mutti. Die Mutti mit der schönen Stille. Du willst mit mir einen geblasen haben, von wem mache ich es dir? Ich bin so gut, du bist gleich fertig. Wo ist eine Süße? Ach, das ist dies mit Lang. Komm, dreh dich um. Du bist meine Frau. Das ist die, die ich dir versprochen habe. Da muss ich gleich stolpern. Komm, weiter geht's, sonst kriege ich Gold. Aber irgendjemand müsste das ja wissen, dass hier irgendwas ist, weil ihr ist nicht umsonst eingebrochen. Klar. Wie meinst du das? Na hier, eingeschlagen alles, weißt du? Ach, das glaube ich. Ja, das war so eine vorfällige klassische Herstupe. Das ist das die Die Frische-Zapur O, 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 O O, O Als ich sage, bis zum Eichelzen Die Frische-Zapur Einiges, das ist das Ich bin hier aus. Die Frische-Zapur Das ist das Es ist das Bei Verschweiß Der Bauch Und dann Das ist das Ich bin hier Und dann Das ist das Welch Ich bin hier Guck mal, du kannst das mal wegnehmen, aber deinen Text hast du nicht geholfen. Ich selbst. Engel, du bist da. Also, das kann ich euch nicht so enthalten. Schaut mal. Klopf, klopf, Passwort, Nütten, Breller. Nütten, Breller, klingt gut. Den lassen wir rein. Boah, Alter. Geil, einfach nur geil. So etwas braucht wirklich jeder, was er möchte in ein Haus. Ich poliere erstmal die Stangen und ihr schickt mir dafür ein Abo. Bis dann und checkt den Insta-Kanal von meiner Freundin Josyfutograffi, 2K18, 2018, sonst schwimmt sie wieder. Ihr kennt das Prozedere. So, ein Like für jeden Anranser, den ich von hier bekomme. Macht's hoch, Männer zeigt Solidarität. Alle Daumen hoch. Bis dann, bye, bye. Alles Gute! Alles Gute! Okay! Bis zum nächsten Mal.